Ja, Herr Ahl, hören Sie mal, Sie müssen, Sie müssen noch nicht... Ah, Scheiße, Mann! Was scheiße, was scheiße so rein, Alter, Fett, Alter. Wir werden kurze Talks machen, wenn uns das gefällt, was ihr sagt, werden wir euch einstellen und dann im Laufe des Dienstes werden wir dann auch knallhart aussortieren. Also macht euch nicht verrückt für heute. Strengt euch lieber dann an, falls ihr angenommen werdet. Wir holen euch einzeln rein und dann kurz eine kleine Fragerunde. Und dann machen wir das so, dass die Leute, die heute können, wir versuchen, das bis 23 Uhr durchzuknallen. Dann werden wir um 23 Uhr anfangen mit einkleiden, etc. Und die Leute, die heute nicht können, wir tragen euch trotzdem ein. Das heißt, wir wissen dann, dass ihr angenommen seid und ihr könnt es dann morgen nachholen. Dann machen wir morgen immer wieder mal eine kleine Runde, wo wir euch alles vorstellen für diejenigen, die sich noch nicht auskennen hier. Okay? Ja, natürlich. Jawohl, alles klar. Alles klar, dann fangen wir an. Die Ersten, die wollen immer hervor. Ja. Ja, so, diejenigen, die jetzt mitgezählt haben, wie viele Autos hier standen, dann dürfen wir wieder zurückgehen. Okay, stellt euch jetzt mal wieder bitte kurz zurück hier, die hier stehen. Das war ja gerade, das hat nicht so gut geklappt. Entspannt euch wieder. Hallo Goldstein. Hallo Goldstein. Es ist einfach so, dass du dann halt einfach jemanden rausholst aus der Reihe. Das ist schlauer. Genau, Benjo, nimm dir einfach einen mit. Ja, lass dir doch die Rolle. Wir machen jetzt einfach die ersten vier von links. Das heißt, das ist einfach Andy. Genau, die ersten vier mit. Fertig. Nee, Flashbreaker, du bist schon zu viel. Achso. Der war der Herr nicht in der Lauge. Warte mal ganz kurz. Der Herr, kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag. Ich bin Farud Ben und ich habe hier irgendwie Papier von der Staatsanwaltschaft und ich muss irgendwas hier abgeben und Sie müssen das unterschreiben, dass ich hier war und meine Sozialstunden abgesessen bin. Bla, 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 hier ist alles da. Siehst du, im Amtsgericht von der Düsseldorfer Kanzlei auftragen wir Sie, bla, 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 das zu unterschreiben und die Stars und bla, bla, bla. Können wir das im Büro klären oder muss ich das hier klären mit dem Typen links neben mir, der so hier eine mangelnde Mundhygiene hat? Ich komme kurz mit. Machst du kurz weiter? Ich komme sofort wieder. Selbstverständlich. Ja, komm. Fert jetzt ab East East Highway. Wird der wieder Richtung Start einwerfen? Ja, positiv. Wir sind auf die East Highway gefahren. Wir sind jetzt an dem alten IAA-Gebäude, an diesem Industriegebiet, fährt jetzt Richtung diesen IAA-Gebäude, Richtung, ich glaube, der fährt wieder auf dem East Highway von hier aus. Wir sind in der Dino-Tanker. Wir sind in der Dino-Tanker. Wir sind in der Dino-Tanker. Hier ist das Staatsgefängnis, Schrottplatz. Route 68. Richtung Westen, Route 68. Am Shop. Dreht wieder um, okay, dreht wieder um, Route 68 Richtung Staatsgefängnis, ja guter Pit. Ich glaube, wir sind mit vier Einheiten, das reicht, da braucht sich keiner mehr anschließen. Ja, die Verfolgungsjagd geht ein Funk höher, Einsatzfunk. Seid ihr da? Ja, rote Ferrari qualmt. Aussteigen und die Hände nach oben. Die Hände nach oben. Ja, das ist der Schütze von Bennys, den sie da gerade erst nehmen. Ja, setz ihn in mein Auto, ich mach den. Ihr mögt gerne mal die Sirenen ausmachen. Scheiße, das gibt Ärger. Sie haben eine Glock und ein Messer, haben sie den Waffenschein? Ja. Ich übernehme den, ich übernehme den. Oh nein, nein, nimm mich mit, nein. Was warst du anstellen? Derjenige, der seine Sirenen noch an hat, dem drehe ich gleich in den Arsch. Das ist sehr cheap, immer noch. Entschuldigung, ich bin ass. Hast du gehört? Was denn? Ich kann das erklären, Mann. Ich kann das wirklich, ich kann das erklären, Mann. Okay. Hast du Handschellen? Äh, nein. Komm. Ja, ich fahr, Entschuldigung. Die Sirene. Wie wär's mit Handschellen, Mann? Steige ein, laber nicht rum. Das Fahrzeug bitte beschlagnahmen, ja? Ich kann das erklären, Herr Ahl. Mhm. Ich kann das wirklich erklären. Okay, fahren. Schauen Sie. Schauen Sie, Herr Ahl. Da war, ich war, ich war in, ich war in Bennys, okay? Mhm. Und aus dem Nichts, ich hab, ich hab über, ich weiß nicht, warum dieser Typ kommt. Mhm. Und schießt mir mehrmals an die Schulter. Mhm. So. Dann hab ich natürlich in der Öffentlichkeit, ja, zwei, drei Schüsse, Mann. Ich weiß jetzt auch nicht. Irgendwie dies, das. Und dann ist er mir entkommen. Und da war halt natürlich eine Streife, aber ich hab, ich hab, danach bin ich ihm hinterhergefahren. Mhm. Und dann hab ich ihn gesucht und auf einmal war das PD hinter mir her. Und dann hab ich gesagt, ey, wenn ich jetzt stehen bleibe, dann krieg ich Anschiss von Ahl. Mhm. Aber jetzt ist das Meer schief gegangen. Und jetzt kriegst du keinen Anschiss, oder was? Ja, Ahl, Mann. Was soll ich machen? Das war halt irgendwie scheiße, Alter. Was? Ich hab zwei Sachen zu dir gesagt. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Was hab ich gesagt? Ich soll nicht mit der Waffe in der Öffentlichkeit schießen. Und was hab ich noch gesagt? Dass ich ein gut aussehender, attraktiver junger Mann bin. Ich hab dir gesagt, brichst du die Gesetze, brich ich deine Beine. Ja, Herr Ahl. Hören Sie mal. Sie müssen, Sie müssen noch nicht... Ah! Scheiße, Mann. Was sche... Was scheißt du so rein, Alter. Verdammt. Ah! Verdammt, Mann. Ahl! Okay. Das... Das war Polizeigewalt, Mann. Pass mal auf. Das, was du machst, ist Polizeigewalt. Dieser Schlag, der soll dir ein bisschen zum Denken verhelfen. Gottverdammt, du willst ein... Du willst ein Undercover-Agent sein und du bist offensichtlich die größte... Weiß ich nicht... Prostituierte, der hier rumläuft. Gottverdammt. Du musst derjenige sein, der am wenigsten auffällig ist und bist der, der mit dem Highwayhemd durch die Stadt schießend fährt. Okay, das war... tut mir leid, sie sind einfach sehr humorvoll, deswegen... Es ist lustig, findest du es lustig, oder was? Nein, ich hab nur gelacht, weil das halt... Wie sie das... Highwayhemd, so wie... Wie kommen sie darauf? Ja, wie, wie komm ich darauf? Hast du mal in den Spiegel geguckt? Ja, stimmt, Alter. Ja, es ist... Was soll ich machen, Mann? Das kommt nicht mehr vor, Alter. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ah, das Ding ist, da war irgendeiner, der hat auf mich geschossen, Mann. Ich muss diesen Fall lösen. Warte ganz kurz. Mich interessiert das nicht. Mich interessiert das nicht. Lass deine verfickte Waffe stecken, sonst nehm ich sie dir ab. Okay, Alter. Um nicht aufzufallen, rufst du die Polizei. Und wenn du eine Waffe ziehst, um jemanden zu schießen, dann glaub es mir, nächstes Mal schießen wir auf dich. Und warum schießen wir auf dich? Um deine Deckung zu bewahren. Oder nicht? Ja. Ja, und diese Verfolgungsjagd, wie gesagt, also der... Ich wollte einfach mal schauen, was die Jungs im PD drauf haben, Mann. Mhm. Und, hat's dir gefallen? Also die Jungs sind gut, Mann. Man muss echt sagen, Props gehen raus. Also wirklich, die haben das echt, echt sehr, sehr gut gemacht. Okay, ich muss sagen, ich bin auch überrascht gewesen. Aber weil... Ja. Ja. Wirklich, also wirklich. Ja. Ja gut, Herr Ahl. Also... Lassen wir's halt mal jetzt einfach. Ich glaub, da waren auch keine Zeugen da. Man hat halt nur ein bisschen am Bennys gesehen, wie ich ein paar Mal rumgeschossen hab, aber... Du weißt, dass wir mit ungefähr 60 Mann in der Stadt rumgefahren sind und dich gesucht haben nach dem... Und du, Vollidiot, fährst mit einem Ferrari im Hawaii-Hemd, ein offenes Hawaii-Hemd, in der Stadt nochmal sechs Mal im Kreis. Du bist der beste Undercover-Agent, den ich in meinem Leben je gesehen hab. Herr Ahl, manchmal ist auffällig unauffällig. Ja, na klar. Verstehen Sie, was ich meine? Absolut. Aber dieses Dongen, das kannst du ja machen, wenn du was geschafft hast. Ja, okay. Drei wasberg. Boleh. Oh, der ist es. Aber das Versammlung ist auch ein ganzer Lair. Die sonst ist. Mannевич протczyt. Mann, adviert! Verstehen Sie. Tr injury. Mann.